Die Vorhandtätigkeit mit viel Ausdruck, den Begriff Ausdruck einmal positiv hier anzubringen, oben vor der Fußgurt zu gelenken, ganz sicher das, was man sich jetzt für den positiven Vorhandablauf wünscht. Insgesamt zu einer Wertzahl von 8,5 für den Trab. Der Galopp, geprägt von sehr großer Balance, heute doch schon sehr sicher und getragen das Angaloppieren, dann balanciert und mit guter Hinterhandtätigkeit auch hier diese positive Vorhandtätigkeit beinhaltet. Da hängt es ganz sicher ins Berg auf. Der Galopp ist im sehr guten Bereich einzuordnen. 9,0 die Note für den Galopp. Der Schritt durch den Körper sicher gehend und jetzt auch heute der sichere Zug zur Hand dargestellt, auch insgesamt die Darstellung verbessert. Durch den Förderkörper gehend 8,8 die Note für den Schritt. Und was die Rittigkeit angeht, da haben wir das Pferd anbitten. Der Hengst reagierte sehr positiv auf das Einwirken der Reiterin. Gerade bei der Größe auch ganz beeindruckend für uns, dass die Gewichtshilfen der Reiterin schon recht sicher vom Hengst angenommen wurden, sodass auch diese Leistung an den sehr guten Bereich herangeht. 8,8 die Note für die Rittigkeit und die Leistungsbereitschaft dieses Hengstes, der eigentlich immer auf die reiterlichen Hilfen gut gewartet hat und entsprechend reagiert hat. 9,0, das führt zu einer dressurbetonten Endnote von neuen PBZ mit einer neuengruppe, zu einer neuen Punkt. 10,0 20,0 10,0